Heute haben wir einen krassen Autoparcours, in dem wir über ganz dünne Rohre rüber müssen. Es gibt einmal alte Betonrohre oder sogar Glassachen, Leute. Also das wird heute echt richtig krass. Verpasst auf jeden Fall nicht dieses coole Video. Lasst ein Like da, Freunde. Schau bis zum Ende und los geht's. Mökan, wo bist du denn? Äh, guck mal in den Himmel! Was? Du bist der Dingens einfach, hä? Ich bin einfach Karst, Bro. Alter, was? Du bist einfach Star Wars, hä? Oh, mein Gott. Ich glaube, wie du kommst jetzt. So. Da, ich seh dich! Denn heute haben wir was richtig krasses vor, Leute. Denn wir müssen probieren, über die richtig schwersten Hindernisse rüber zu kommen. Und zwar sind das so Seilleute, die sind hier überall aufgestellt. Das ist immer auf jeden Fall alles sehr, sehr dünn. Das heißt, hier brauchen wir auf jeden Fall viele Motorräder, sag ich dir schon mal. Und dann müssen wir hier ganz noch durchgehen, Leute. Um bis ganz nach hinten hier zum Ziel zu kommen für den Gewinner. Hier gibt es heute auf jeden Fall stabile 2000 Euro. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Dann, zeig mal dein... Uh, random Video. Alter, das ist das Originaler? Ey, ich krieg ein Boot, Leute. So, jetzt. Alter, das sieht echt aus wie ein Originaler Bugatti, ne? Ey, guck mal. Sie haben beide... Beide rot, warum? Ey. Ey. Okay, auf jeden Fall haben wir schon mal den ersten Checkpoint bestanden. Und das hier ist... Ich hab'n Checkpoint. Es ist hier ein... Pass auf, eine alte Beton... Oh mein Gott. Sag ich's als. Sag doch mal was. Hä? Ich bin drauf, ich kann mich direkt nicht mehr bewegen. Oh oh. Oh oh. Okay, das ist mir einmal ganz los entfernen, Leute, hier das Fahrzeug. Sonst steht es im Fall im Weg. Dann weiter geht's mit dem... Oh 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 oh. Oh oh oh. Alter. Okay, ich hab'n genau dasselbe wie du im Korb. Als ob. Ja, das ist eine Tradition. Also echt. Also das muss ich jetzt auch entfernen. Also das Fahrzeug hier, was ich bekommen hab', ist im Fall nicht so gut. So, deswegen steig' ich aus und wirf's runter. So, random vehicle, bitte gib mir jetzt... Okay, den Range Rover könnte es vielleicht eher schaffen, ne? Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh Gott ey, das ist ein großes Problem, Wolfgang. Die Teile gehen kaputt, ne? Das heißt hier, entstehen so Löcher. Aber wir haben nicht so viele Versuche, ne? Also das ist schon, äh... Nein, nicht Batmobil. Ich hab's gesehen. Oh! Ähm... Was hast du bekommen? Hä? Okay, warte mal. Hier. Ich bin Batman. Oh nein. Ich hab... Ich hab ein fliegendes Auto. Okay, mit dem fliegend Auto, Leute, darf man im Fall rüberfahren, weil ich doch das erste... Hä? Alter, ich hab' ne Windmühle getroffen. Nein! Ich dacht, ich schaff's kurz mit dem Trecker, aber nein, Leute. Aua. Okay, also... Checkpoint. Leider krieg ich hier keine, aber du hast ein Checkpoint bekommen, ne? Gute mal ein Fantasy-Leiste Fahrzeug vielleicht. Das könnte es vielleicht noch sein, Leute. Ich teste es nochmal aus hier. Vielleicht könnte das... Oh, oh, oh. Ich hab' ich seh's. Oh, 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 oh. Also! Oh, komm schon. Komm schon. Nein. Komm schon. Nein. Nee, das wäre so krass gewesen. Okay, auf jeden Fall das erste Ding haben wir dann bekommen durch Mylkans Checkpoint. Sehr gut. Dann geht's einfach rein mit der nächsten Giant Tube. Okay, also da müssen wir mal gucken. Hoffentlich ein gutes für deinem Vehikel. Ey, hau doch nicht über ein Fahrzeug. Oh, was? Hilfe, Bro! Wo bist du denn? Du liegst hier vor mir. Ich bin weggepackt worden. Keine Ahnung, was du gemacht hast. So, jetzt hier müssen wir einmal vorsichtig... Darf ich einmal ganz kurz dein Auto sehen? Oh, oh. Ähm, wir haben ein kleines Problem, Mayday. Mayday, wir fahren an der Wand. Äh, Mayday. Okay, okay, warte, ich muss einmal ganz kurz genau perfekt hier rüberfahren. Hui! Nein. Nein! Okay. Also das wäre immer zu cool gewesen. Oh, Leute. Aber, hier muss man anscheinend... Okay, er schaß natürlich, ne? Wie so ein Streber fährt er normal lang. Hä, wie bist du denn lang gefahren? Ich bin an der Wand gefahren bin ich. Wie ein Profi. Ja, und hast du es geschehen? Oh, ho, ho, ho! Okay, warte. Oh, Gott. Oh, nein. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Schnell raus, schnell raus, schnell raus. Oh. Oh. Okay, äh. Dann nochmal ein neues Fahrzeug. Oh, ho, ho, ho. Alter! Ja komm Volker, mal gucken ob du es schaffst, ich bin gespannt, ja gut, gut auf jeden Fall, echt nicht schlecht, okay, stabil Alter wie hoch fliegst du? Ähm, hallo? Ich fang dich auf, ich fang dich auf, ich fang dich auf! Au, was? Bei mir ist gerade Harry Potter vorbeigeflogen! Ding, 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 ding! Tja, denn ich habe nämlich ein fliegendes Fahrzeug bekommen! Und mit diesem fliegendes Fahrzeug sind hier alle Dinger übersprungen, Leute, so! Und zwar ist hier anscheinend ein Baum! Ups, so, ey, du kriegst die Bananen! Alter, ich habe mein richtiges eigenes Auto! Ich wollte es gerade sagen! So, dann fahren wir weiter! Stark, danke! Ups, das war auf jeden Fall ganz... Oh Gott, okay, warte mal, der Baum! Wir fahren, Leute, wir fahren gegen den Baum! Oh mein Gott, ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Geht den mal rasieren sollen! Hm? Ich sehe nichts! Hm? Oh mein Gott! Und der nächste Checkpoint! Ich bin direkt Profi, Bro! Ja, ich bin drüber gekommen! Nächster Checkpoint, Leute! Ich komme auch! Das... Visible in... Wo bist denn du? Oh! 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 Nein! Ey! Ich sehe deine Bananen noch hier! Ja! Okay, dann nächster Checkpoint hier! Abfahrt! Oh! Oh! Ich sitze gar nicht mehr drin! Wo bist du hin? Ich habe echt einen Maybach! Alter, ist das ein Maybach? Flugzeug wäre ja ganz schön entspannt! Aber das können wir leider noch nicht nutzen, Leute! So! Du musst einmal helfen! Ist das ein Maybach? Das ist ein... Äh... Emphora! Ne, das ist ein anderer! Das ist ein Fake-Mercedes! Das ist ein Fake! So ein China-Mercedes ist das! Du bist China! Let's go! Gib Gummi! Gib Gummi! Gib Gummi! Gib Gummi! Oh! Wie fliegst du denn? Wo fliegst du hin? Mann! Wegen dir! Nein! Nein! Ich bin auch runtergefallen wegen dir! Scheiben kaputt gemacht? Ne, du! Ne, du! Ne, du! Ne, du! Du! Ich geh das eben nochmal! Ey! Nein, nein, nein! Uh! Ey! Ich bin gefälligst dein Fass, was du bekommen hast! So, jetzt gibt's Ärger, man kann! Jetzt gibt's Ärger! Jetzt gibt's Ärger! Jetzt aber wieder ein bisschen schneller! Ich glaub ich bin... Alter, ich bin glaub ich viel zu schnell! Wow! Ey! Ich hab's langsam gemacht! Bin trotzdem runter! Und! Ich bin perfekt aufgekommen! Ich hab's gesehen! Ich guck dir zu! Oh Gott! Ist nicht so einfach jetzt hier! Ihr muss da jetzt mit... Mit Vorsicht... Mit Vorsicht... Alter! Wie gut du fährst! Boah, ich bin dein Profi! Was denkst du denn, Alter? Boah, hier ist ein großer... Hier ist ein großer... Nee! Nee! Das darf nicht wahr sein! Ich bin kein Ernst! Ich war direkt vorm Checkpoint! Wow! Also... Wow! Leute, das darf nicht wahr sein! Als hast du denn da bekommen! Hä? Nein! Nein! Du ding 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 ding! Hihihi! Ah! Ha! Warum? Jawohl! Nicht mit mir Kollegen! Oh! So! Ey! Du bist so fies! Einmal nochmal rüberfahren hier! Alter, ich hab einen richtig krassen McLaren und der ist voll schnell Leute! Aber... Hier geht's ja nicht um Geschwindigkeit! Ui! Oh mein Gott! Ich hab was krasses! Oh mein Gott! Nein! Ich Idiot! Ey! Ich schaffe es! Alter, was? Du bist Motorrad? Ja! So! Ich seh's grad! Ich seh's grad! La la la! So! Jetzt hat sogar ein Backflip, weil ich so cool bin! Ähm! Ich dachte, weil ich cool bin! Oh nein! Hat ja nicht so gut funktioniert, ne? Okay! Dann! Random Vehicle! Hä? Was denn jetzt passiert? Hä? So! Random Vehicle! Okay! Ich hab ein neues! Das ist ja auch krass! Aus dem Weg! Alter, warum ist das so schnell hier? Das Fahrzeug ist jetzt grad... Ey! Das darf nicht wahr sein! Hahaha! Nein! Nein! Das zählt nicht! Ey! Ey! Okay! Jetzt fahren wir hier rüber, Leute! Wiii! Lass das mal schnell sein, ne? Ne, ne, man kann ruhig schnell sein! Muss nur aufpassen! Muss nur vorsichtig sein! Okay! Oh! Okay! Und jetzt hier rauf! Und hier! Alter Schwede! Und jetzt, Leute! Jetzt wird hier hochgefahren! Gib Gas! Ich bin direkt hinter dir! Und... Zack! Und... Checkpoint! Okay! Der Speedy Boss! Wo bist denn du? Ich seh dich gar nicht! So ein Opa-Auto! So ein Opa-Auto? Ja! Ach, da bist du! Ah! Da bin ich! Hahaha! Du bist so... Ey, boah! Warum fährst du da links? Ich bin in der Luft gegen Fridolin geflogen! Okay! Okay! Also, dann! Let's gooo! Aus dem Weg hier! Überfekt ein Schmalspur-Auto! Von schon... Hey! Nein! Hey! Hä? Hä? Was? 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 Oh mein Gott! Ja! Erster! Ey, das ist unglaublich! Bro, ich bin hier geflogen! Ich hab's gesehen! Warte, ich komm auch mit beim... Jetzt krieg ich hier so ein richtig langes Ding, so ein richtig lang A habe ich jetzt hier gerade! So, warte! Ich komm angefangen... Es kommt noch die Technik drauf an, wie du es fährst! Ja, ja, ich seh schon! Hä? Ey, das ist der einfachste Checkpoint! Wie einfach, das ist zu rund, ne? Guck mal jetzt! Hä? Hey! Okay! Ja, gut! Aaaaaaah! Ne! Da war noch! Egal! Au! Oh! Okay, also die 2.000 Euro geht an dich! Oh! Was das da heute für ne Karre hier? Das Ding ist, wir haben sogar Waffen freigeschaltet, ne? Bedeutet... Ich kann das hier... Hey! Schießt mich nicht ab oder ich... Ich sprenne dich in die Luft! Hä? Was? Du hast... Was? Wo habt ihr denn Waffen? Du genau so! Ey! Ey! Mein Auto! Mein Auto hat einen Platten! Wieder einen Platten! Das war ich gar nicht! Ey! Ja, das Ding ist, wir haben halt Waffen, wir können halt alles Mögliche nehmen an Waffen, ne? Also... Ja, ich sag sowieso, wenn ihr jetzt Ärger macht, dann schieß ich auch zurück! Ah! Ey! Ich war das doch gar nicht! Ich... Ja, ich... Nein! Die Platten hier, weg! Das Ding ist ja immer noch möglich, wenn wir eine Mission kaufen sollen! Ich komm da nicht weg! MBK weeeeg! Ich geh, ich geh, ich geh! Hey! Ja, ey! Entsteht der Auto hier im Weg! Hey! Was ist das denn? Warte, ich spreng's weg! Was ist das denn? Ich schieß einfach kaputt, das Auto! Entsteht sein Auto da im Weg! Ja, super! Ja, super! Jetzt kann ich vielleicht mein Auto gleich mit dir! Hey! 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 Ich dachte, ich kann mich vielleicht snipen oder sowas! Wie? Was ist das denn? Jetzt ist dein Auto hier! Dein Auto steht im Weg! Haha! Ja! Nee! Das Neues kommt, wir schieben uns einfach weg! Ey! Oh mein Gott! Wir sind einfach ein LKW, einfach die Dreierlinie! So! Ey! Dein Auto hat hier rumgestanden im Weg! Jetzt fahr MBK! Ich fahr! Ey! Was ist das für ein Auto? Das ist voll eng hier! Digga, macht mal ein bisschen Platz jetzt! Ich glaube, ich bin richtig! Ich bin richtig! Zack! So! Alter, das ist ein richtig enger Parcours! Ey! Hä? Ey! 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 Schieß auf Brox, Bro! Ey! Fahdor! Ich kann nicht! Ich schieße auf euch! Was ist denn? Mein Auto ist im Weg! Sein Auto steht schon wieder im Weg! Ich check's nicht! Sein Auto steht schon wieder im Weg! Weil ich kann mir hilflich sein! Ich bin gefangen in einem Basketballplatz! Ey! Weg hier! Ey! Jetzt rennt gleich meine Karte! Ja! Ey! Ich bin erster! Wo ist MBK überhaupt? Ich bin in einem Basketballplatz gefangen! Ich bin einfach in einem Basketballplatz-Respawnd! Was? Ich komm hier nicht raus! Mit meinem Auto! Er muss raus! Er läuft halt einfach, ne? Er läuft einfach! Ja, was soll ich machen? Ey! Bitte nicht schießen! Jetzt snipe ich den weg, Digga! Bitte! Ey! Chill! Hey! Ich treff nicht! Tschüss! Der fehlt an den Weg! Weg! Nein! Hey! Hey! Jetzt geht's hier ins Basketball! Nein! Was war das? Wow! Ey! Nein! Ich muss einen Auto neu scoren! Ich bin down! Ja! Ich bin Dings! Was bist du? Ey! Aua! Ey! Ich bin down dadurch! Weg mit euch! Ey! Weg mit euch! Ja! Ja! Ich hab! Nein! Nein! Hier runter! Jetzt sind einfach die ganzen Autos im Weg, okay? Oh mein Gott! Danke, MBK! Hau rein, Junge! Jetzt geht es jetzt los! Jetzt geht es erst richtig los, ne? Bro! Bro! Aber mit dem Platten kann man die Dinger nicht fahren, hab ich gehört! Ja! Oh! Du bist so ein Dreckiger! Ey! Nein! Oh! Du musst da gar nicht freuen, Junge! Ihr müsst da echt langsam fahren, Digga! Nein! Nein! Langsam? Was laberst du? Vorsicht! Ja! Ach du! Guck mal! Guck mal! Oh! Oh mein Gott! Nö! Er hat keinen Platten bekommen! Bro! Er muss sich immer zielen anstatt schielen! Ey! Digga! Weg mit dir! Eee! Ey! Diese Haken, die... Nein! Ich hab zwei Platte! Ja! Chill, 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 chill! Bitte, bitte, bitte! Mach! Ey! Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft! Ey! Er ist weit vorne! Geh weg! Was ist das für Dinger? Er ist sehr weit vorne, es bringt nichts! Nein, nein, nein! Bro, lass! Bro, wir schießen nur auf Reifen! Oh mir! Ey! Noch ein Reifen weg! Ey! Ich kann gar nicht mehr fahren! Schnell weg! Nein! Stell auf dir diesen Chatpoint holen! Ich hab nur eine Reifen! Ich hab gar keine Reifen mehr! Das tut mich gar nicht! Bro, ich schauch hier mit Plattenreifen! Guck dir das mal an! Ich komm mit dem Plattenreifen weiter, Digga! Man muss hier... Oh, danke! Ey, danke für den Plattenreifen! Ich kann nicht gut rumdriften jetzt! Danke! Ey! Leon, der ist weit vorne! Fahr doch, Digga! Fahr doch! Das ist nicht korrekt von dir, muss ich sagen! Warte, ich hol den... Ich hol den... Keine Sorge! Ey! Was machst du denn? Wer war das? Oh mein Gott! Einen schießt auf unsere Reifen! Mit Waffen ist gar nicht gut! Hey! Da vorne ist ein Helikopter abgestürzt! Was? Ja! Er steckt aus! Wie er steckt aus? Nein, Junge! Nein! Boah, Junge! Ey! Boom! Ey, ich... Guck mal! Ey! Was? Ich fahr vorbei! Du killst mich nicht! Ich bin... Oh mein Gott! Ey, dieser Platten! Ey, was hast du da? Boom! Boah, das ist eklig! Das ist dieses Reifenopter! Ich hab den Check heute nicht bekommen! Ich hab ihn nicht bekommen! Ey, was machst du denn mit meinem Auto? Ja, das kann runterfliegen erst mal! Hau rein! Ey, nein! 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 Ja! Was? Boah! Nein! Ey, das... Warte, ich hol mir jetzt die Checkpoints hier! Kann doch nicht! Haha! Bro, jetzt hab ich so lang Black Screen! Das ist schon Möcker wieder da! Ja, 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 ja! Ich hab jetzt eigentlich die Checkpoints! Oh! Boah! Ich grinde! Was? Du bist was? Jo! Hau rein! Suck, Idiot! Ey, das kann doch nicht angehen, Alter! Oh mein Gott, ich bin drüben! Wichtig mit Checkpoint! Nein! Jungs, bitte! Weg mit dir! Hä? Nein, bitte Jungs! Ja, ja! Ja! Bitte Jungs! Hau weg! Nein! Ich hatte Checkpoint! Ich hatte Checkpoint! Hä? Wie hast du den Checkpoint bekommen? Tja, mit Millimeterarbeit! Ey! Okay, ich geb schon Gas! Wir tun jetzt hier! Ey! Boah! Was ist das denn? Oh! Guck mal, guck mal, guck mal! Nein, 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 nein! Ich wusste... Oh mein Gott! Hammer, Bruder! Ja! Ey, vor dem Checkpoint! Du bist so ein Ekliger! Hey! Ich hatte meine Waffe mit einer Spielzeugpistole geschossen! Ja, 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 genau! Schieß ihn weg! Schieß ihn weg! Schieß ihn weg! Ich? Nee! Haut ab, Digga! Haut ab! Egal, der ist gut, danke! Danke, danke, der ist gut! Ich komme sehr gut durch jetzt! Ey, was ist das denn hier für ein Ping-Pong? Weg mit dir! Jungs, ich komme hier sehr schnell durch jetzt gerade! Wo? Es explodieren Sachen! Bro, wir sind direkt hinter dir! Digga, also das ist jetzt... Das ist jetzt... Oh mein Gott, Junge, wie wir das Killing gefahren sind! Das ist jetzt frech! Das ist so... Ey! Oh mein Gott! Warum darf ich denn? Ey, spreng ich weg! Hast du ihn doch mit Haftdings angeworfen? Er hat mich einfach... Danke, Bro! Nein! Komm, Mückern! Ey, ich helfe... Guck mal, ich helfe dir! Wie ein Freund! Ich helfe dir! Ja! Ey, jetzt hänge ich hier! Du auch! Ich hänge auch! Warte, ich hab's gleich! Ich hab's gleich! Ich hab's gleich! Ich hol dich! Ich hol dich! Ich hol dich! Ey! Ohne mich rauszuholen! Ich warte hier! Naja, wir haben Haftbomben, Bro! Ey! Haftbomben sind nicht erlaubt, Junge! Oh mein Gott! Oh mein... Ich bin da! Ey, er ist einfach im Bild, Digga! Ja, komm! Bisschen Anlauf nehmen! Ja! Oh! Was? Oh mein Gott! Nein! Jetzt hänge ich fest! Jetzt hängst du, Schi! Aber du bist machbar! Du bist machbar! Let's go! Ja! Oh nein! Nein! Oh mein Gott! Nein, bitte! Warte! Wie machen wir das? Ich häng wieder! Oh! Ich bleib hier hängen! Oh mein Gott! Außer, die schaff's jetzt beide! Oh mein Gott, Bro! Guck mal, guck mal! Ich hab's nicht! Ich bin so nah dran! Ey, bitte! Guck mal, wir machen das so! Ich drifte einfach! Drifte mit den Reifen! Ey, das gibt's doch nicht! Ich drifte schon! Ich drifte auch! Oh mein Gott! Ah, Scheiße, Digga! Ich hab genug gegriftet! Ey, Bro! Was mach ich hier für ne Scheiße grad! Ey, du rockst eigentlich nichts links rüber! Ja, das Ding ist... Ey, Mann! Ich mach so nah dran, Digga! Jetzt fahr! Schnell! Schnell! Schnell, Bro! Fahr! Ja, Assis, Digga! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ey! Ah, ja! Guck dir diesen ekligen an! Boah, wir kommen da einfach nicht weiter, Alter! Doch, wir kommen da weiter, aber... Boah! Boah! Wir sind auch so Fahrstuhl und sowas, ne? Was passiert, frage ich mich? Was passiert, wenn man einen Molotow-Cocktail aufm Auto wirft? Ey, hör doch auf damit! Schau mal! Es brennt! Ey! Oh! Ich bin runtergefallen! Und, hast du den Checkpoint bekommen? Ja! Rate Jungs, ich hab noch keinen Checkpoint! Du hast so Glück! Nein! Er hat so Glück! Ey! Nein! Ich hab den Checkpoint, aber ich hab den Checkpoint bekommen, deswegen hau rein! Nein! Hä? Du hast ihn nicht bekommen, oder? Ich hab ihn, ich hab ihn bekommen, ich hänge jetzt! Nein! Junge, weg mit dir! Ey, Bro! Ich hab ihn nicht mal hier übers Erste rüber! Was soll das? Ey! Oh! Nein! Und unsere beiden Autos sind dort! Ey, Jungs! Könnt ihr mal aufhören, den Weg dazu blockieren? Ich muss da auch noch lang! Ja! Digga! Ich lass das Auto einfach da! Dass du nicht weiterkommst! Ey, das gibt's nicht, Leute! Das gibt's nicht! Ich war schon fast dreimal drüben gewesen! Ich bin's nicht! Okay, Jungs! Ich schnapp mir schon mal den neuen Checkpoint, dann fahr ich wieder zurück! Ey, das geht nicht, Junge! Ich will dann um die Kurve da fahren! Ey, Bro! MBK! Ey, das geht... Warte, 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 Leon! Ich hab dir doch... Weißt du noch vorhin? Ich hab dir geholfen! Ey! Ey! Guck mal, Bronx! Bitte geh weg! Warum parkst du denn Auto da? Oh, jetzt fahr ich hier! So, jetzt mach ich mal jetzt richtig langsam! Ich mach jetzt richtig langsam! Ey! Bro, weh! Ihr kickt mich jetzt runter! Ich sag ehrlich! Ey! Geh weg! Ey, wenn du mich abschießt, dann schieß ich dich ab! Ja, okay! Okay, okay, okay! Ey, wir sind beide sicher! Wir sind beide auf dieser Seite sicher! Hör auf zu schießen! Nimm dein Auto weg! Bitte nimm dein Auto weg! Bitte! Geh dich weg! Warte mal, ich hab die Pistole doch! Ich hab die nicht! Bitte mach die weg! Ey, hört jetzt auf hier! Ich fahr mein Auto da raus! Johnny ist da! Der will mich trollen! Nein! Ich will einfach nur ins Ziel fahren, Junge! Ich auch! Bitte! Bitte! Es ist einfach nur ins Ziel, Bro! Es ist weg! Ey! Ja! Ey! Juppi! Was? Ja! Weg mit euch, Junge! Ja, ich bin der Erste! Ey! Ich bin der Erste! Fahr an Stanni ran! Hau rein, Jungs! Warte, warte, warte! Sag jetzt dann! Warte, ich sag jetzt! Nein! Jetzt! Ja! Ich bin ausgestiegen! Ey! Frech! Was? Nein, ich bin weggespawnt! Na! Ey! Was? Wie hast du das geschafft, Brox? Ja, ja! Einfach mit Glück durch, ne? Oh! Ja! Wie viel Glück kann man denn haben? Ja! Muss man nur ein bisschen Glück haben! Glück hast du jetzt auch! Ja! Ja! Super! Total! Danke! Ich schaff's doch nicht mal so rüber! Aha! Oh, jetzt aber! Jetzt! Jetzt! Wie? Aha! Glück! Glück! Er schafft's direkt! Glück! Let's go! Was machst du denn? Ich hab Glück, Bro! Ey! Ey! Was? So, jetzt kann ich die ganze Ruhe fahren! Das hab ich gar nicht gesehen, Digga! Hast du die Haftbombe nicht gesehen? Ne, nur auf dem Boden! Ich mach den Haftbomben in den Boss! Alter! Wer war das? Ey, wir müssen zurückfahren! Wir müssen zurückfahren! Wir müssen zurückfahren! Wir müssen zurückfahren, Stani! Hä? Du bist falsch! Du bist falsch! Nein! Was labert ihr hier? Ja, toll! Danke! Super, was ich gemacht habe! Ja! Ganz stark! Richtig stark! Ja, danke Jungs! Für die freie Fahrt, muss ich sagen! Vielen, vielen Dank! Ja, super! Das hast du super gemacht! Ey! Ich hab da gar nichts gemacht! Wirklich! Beste Leben, Jungs! Ey! Was? Das prägt doch, Digga! Digga! Ey, ihr müsst da noch aufpassen! Oh! Stark! Stark! Oha! 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 Okay, das ist eklig! Was ist das? Ey! Ich kann einfach nicht mehr! Boah, Digga! Oha! Ey, nein! Bro, ich bin voll verpackt! Ey! Was war das denn grad? Ey! Wer ist das denn, Jungs? Lass dich mal zwei Meter fahren! Digga! Warum fährst du nach links, Digga? Was hast du denn? Ich weiß es auch nicht! Warum, wo schießt du denn? Ey! Ey! Du bist voll ein Lick, Digga! Du bist so ein... Komm schon rein! Jetzt, 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 jetzt! Oh mein Gott! Guck mal, wir machen! Nein, nein, nein! Ich hab's geschafft, Jungs! Im richtigen Timing! Dein Timing kennen wir! So, jetzt lass mich schon... Du, du und diese Wand, Digga! So, warte mal! Ich muss warten, bis es außen ist! Bis es außen ist, bis es außen ist! Jetzt, jetzt! Oh mein Gott! Ich hab's auch geschafft! Ey, auf mich geht wieder geschossen! Oh mein Gott, ich hab's auch! Oh mein Gott! Ah! Ey! Ey, Michael, wir müssen nur noch auf Brocks gehen! Was macht er? Hat er nicht geträumt? Bro, ich hab's geschafft! Und er schießt einfach auf meinen Reifen! Boah, okay! Das ist ehrenlos! Bro, das war so witzig! Das ist wirklich, also... Wir dürfen nur noch auf Brocks gehen, sagt ihr ehrlich! Ja, stark! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Nein, Alter! Ach, Digga! Also! Hier, was er da macht! Bro, guck dir an, was er da macht! Dieses Pfeil kann ich auch nicht... Bro, du bist aber gerade gegen die Wand gefahren! Ich bin gegen dich gefahren! Mein Kiefer! Lass mich einfach in Ruhe! Danke! Danke, danke, danke! Super! Macht echt Bock! Ne! Macht Spaß mit euch! So ein Rennen zu spielen! Ich kann einfach nur das Rennen schaffen! Oh mein Gott! Ich fahr' das aber nicht! Oh, jetzt aber! Jetzt fahr' ich! Auf ganz entspannt! Auf komplett entspannt! Ey! Ey! Ey, Pizze! Ey! Ja! 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 Ich hab's geschafft! Let's go! Oh mein Gott! Endlich! Endlich! Da kannst du noch so viel sabotieren, wie du willst! Oha! Er fährt weiter! Ich fahr' direkt weiter! Was? Ich bin nicht hier, um Freunde zu kriegen! Ich bin hier, um zu gewinnen! Oh! Ich hab's auch! Oh! Ich bin gegen jemanden gefahren! Jetzt... Oh mein Gott! Oh! Ey! Oha! Da lang! Du musst da lang! Ich geh' schwimmen! Du musst da lang! Nein, nein! Ey! Hahaha! Uiihihi! Einfach im Wasser, Digga! Hier ist der Likopter, wa? Guck mal, wie weit Stand hier vorne ist! Ja, ja! Ich weiß! Ey, ich geh' schwimmen! Ich geh' einfach baden! Digga, was war das denn für ein Gitter? Jetzt mach' ich... Jetzt mach' ich das zu, Bro! Hä? Was ist das denn? Hä? Bro, das ist ein unsichtbares Gitter! Ja, ja! Hä? Ja! Nein! Ja! Bro, ich finde... Hä? Was macht ihr denn? Oh mein Gott! Noch mehr Gitter! Bro, das war ja voll der God-Move grad! Nein! Let's go! Hey! Hä? Diese Gitter sind unsichtbar alle! Hau rein, Brad! Oh mein Gott! Jetzt geht's nämlich zur Finale! Nein, Digga! Ich glaub's nicht! Nein! Ich hab deine Reifen nicht getroffen! Bitte nicht! Das ist doch das Ziel, Digga! Ja! Nein! Wie ist das das Ziel? Nein! Ey, das kann ich angehen jetzt! Ist grad zu spannend! Trollin! Was ist hier denn? Ey, ich fahr hier runter die ganze Zeit! Hier ist die Couch, wo ich mit iCrimings Mutter drauf geschlafen hab! Oh mein Gott! Die ist da mitten im Weg, Jungs! Da müsst ihr aufpassen! Oh mein Gott, Jungs! Ey, also, das ist frech! Nee, nee, nee! Das ist nicht frech! Schieß auf deine Reifen! Ey! Digga! Ey! Ey! Ey, du bist so ein Fahrrad, ne? Bro, ey! Jetzt werde ich sogar noch letzter, oder was? Ja! Ja! Ja, ja! Ich würde nicht hier auf Reifen schießen! Real Talk, ne? Bro, dann ist aber wirklich voll verständlich! Also, Märchen sagen, dann ist man verflucht! Ja! Ey! Du bist verflucht! Ey! Junge! Komm! Warum gibst du Gas? Ja, okay! Wir sind beide... Nein! Ey! Das kam mir nicht an! Warum gibst du Gas? Wir werden dann niemals rumkommen! Wir werden dann niemals durchkommen! Bro! Ihr kriegt jetzt die ganze Dings wieder! Was ihr mir angetan habt! Ich hab gar nichts gemacht! Ich hab denen nichts angetan! Schieß einfach Leuchtpistolen, Digga! Ey! Ey! Wenn du mich damit triffst, das bounce, ne? Das bounce! Oh mein Gott, Digga! Ey! Ey! Nein! Ey! Ey! Einfach mit Vollgas! Nein! Einfach mit Vollgas durch! Was? Vollgas hast du gesagt? Nein, nein, nein! Spaß! Nein! Ey! 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 Ey alleine! Ich gescheit! Digga hat er nicht gemacht, Digga! Ey, das habt ihr davon! Das habt ihr davon! Das habt ihr davon! Ey! Ihr müsst durchaus zusätzlich an mir vorbeikommen! Jetzt hast du Krieg ausgelöst. Jetzt hast du Krieg ausgelöst. Ich bin rot, ich bin safe. Oh nein. Ich bin auch der Safer, Digga. Wie? Ich hab doch nichts gemacht. Oh mein Gott. Jetzt kommt mein Auto. Nein. Hey. Der Trick dabei ist es. Gas geben. Oh, Michael hat da ganz viel lang, Alter. Digga. Wie viele Leuchtraketen hat er denn? Hey, wie viel Moon? Zwei noch, zwei noch. Du weißt, die Raketen... Was? Nein, die sind limitiert, die gibt's nur an Neujahr. Ja, okay, reicht dann auch. So, jetzt. Jetzt schaff ich's, Digga. Oh nein, Digga. Okay, ich piep was bei dir. Oh, bis jetzt noch nicht, Digga. 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 Bis jetzt noch nicht. Ich fahr ja auch grad ganz langsam vorbei. Oh, wo ist denn das? Ich seh das, hier ist nix. Okay, da ist nix. Digga, nein. Digga, nein. Also, jetzt war sogar... Baut rein, Jungs. Ich jetzt ins Ziel. Wie, das ist das Ziel? Ey, das ist nicht real talk. Ey, was... Bro! Während ich ins Ziel fahre, hab ich euch beide noch geholt, das war's. So. Digga, ich glaub's. Schieß auf Mürkan! Ey, guck mal. Leon, wir haben nichts gemacht. Weißt du, wie ich mein? Schieß auf mich! Ey, Digga! Oh mein Gott. Dann schieß doch auf mich. Hab ich nicht. Oh mein Gott, er hat auf dich geschossen, Bro. Bro, ich hab eigentlich eine Platte rein. Ich hole rein. Wißt du, was ich auf der Couch gemacht habe? Das wollt ihr nicht wissen. Oh mein Gott! Warte! Alright, alright, alright. Keiner wird ins Ziel kommen. Bro! Bro, ist halt nicht so. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey! Ey! Nein! Er schafft's! Oh mein Gott, ja! Ja! Er schummelt! Hau rein! Oh mein Gott! Ey! Ey! Er geht aber zu Fuß! Hä? Was soll weiter denn da? Ja, ach, ich komm da jetzt gar nicht mehr hin. Das Ding ist, mal gucken, ob du noch den DNF bekommst. Ey, wie lang ist ein Black Screen? Okay, jetzt. Mal gucken. Warte, kann man die Jets nehmen? Bro, da steht noch ein Auto, den Dings. Im Weg. Digga! Leon, dein Auto! Das war's! Das schaffst du doch nicht mehr. Ich bin auch am Ziel. Mal gucken, ob Werker das jetzt schafft mit dem DNF. Noch 20 Sekunden, Bro. Oh mein! Ey! Mach mir keinen Druck. Das schafft er nicht mehr. Niemals schafft er das. Auf Wiedersehen! Und das war's, Digga! Das war's, meine Freunde. Wenn ihr von mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao! Bis morgen! So...